Moin, herzlich willkommen, schön dass ihr wieder eingeschaltet habt. Morgen ist Update Tag und an diesem Tag kommt auch die neue Goddess List, die rote. Was sie kann, habe ich alles im letzten Video schon gesagt und deswegen schaut euch das gerne an und schreibt mir in die Kommentare, was ihr von ihr haltet. Aber jetzt gehen wir nur auf die Patch Notes ein. Also mit dem Update kommt die List raus, ist klar, und auch einige andere Sachen. Und dazu kommt auch hier diese neuen Kostüme für Mile und Margarete. Ich finde beide Kostüme sind geil aus, man hat so casual Kostüme einfach. Und ich finde beide sind geil aus, also vor allem Mile sind Haircut finde ich geil und auch Margarete, also Margarete Durchschilds Haircut finde ich auch cool und sowas. Also richtig geile Outfits kosten natürlich wahrscheinlich Geld in den ersten zwei Wochen, in der ersten Woche, keine Ahnung genau. Aber ja, coole Kostüme auf jeden Fall. Dann neue Holy Relic für Ilet, ich glaube die heißt Ilet, genau sowas. Sorry Relic tut alle Basic Stats von den Mitspielern, also von deinen Mates halt, für 3% erhöhen. Jedes Mal wenn sie ein Skill-Use, also eine Karte benutzt, aber nur in Nightwood Boss Battle. Also in Dinger, in Belgius und sowas. Also jedes Mal wenn sie, ich glaube wenn sie oder ein Charakter, ich glaube nein, wenn sie eine Karte benutzt, dann werden die Basic Stats von den Mates um 3% erhöht. Und bis zu 5 mal, also solide 15%. Ist halt ein Holy Relic, bezogen auf eine bestimmte Activity. Da ist es schon eigentlich meistens nie so geil, dass wenn es nur für die Activity da ist, dann ist es eigentlich nie so ein krasses Holy Relic. Aber ja, was soll man machen. Ist für Leute geil, die Nightwood Boss Battle spielen und das Relic machen können. Ich mache es wahrscheinlich nicht, aber wenn ich dann irgendwann mal die Materialien dazu habe, werde ich es auch machen. Ich habe glaube ich Ilet aber nicht mehr gelevelt, obwohl sie sehr gut ist für Nightwood Battle auf jeden Fall. Muss man sagen. Bekommen wir neue Bundles, wie immer ist klar. Diese Basic Bundles mit den Tickets, brauche ich nicht drüber gehen. Hier auch das gleiche mit den Tickets und mit den Awakening Materialien. Dann kommen wir zum System Updates. Das ist relativ cool. Da haben wir jetzt auch so, wenn ihr mit L-Mates macht, da macht es ja auch immer automatisch, automatisch, automatisch und so was. Und das könnt ihr jetzt hier drüber machen, ganz auf ganz entspannt. Da müsst ihr nicht die ganze Zeit, ähm, Dinger, müsst ihr nicht die ganze Zeit selber machen. Also mit diesen roten Steinen und sowas. Nicht die blauen, sondern mit den roten Steinen. Da müsst ihr es nicht selber machen. Ist eine geile Änderung, also finde ich cool sowas, finde ich cool sowas. Dann hier, irgendwas, so eine Mission, macht ihr einfach. Das ist richtig geil. Das ist richtig geil, das habe ich mir schon angeschaut. Dieses Picnic Hawken Oslo ist richtig cool, weil ihr bekommt hier so Weapon-Costumes. Das ist das Go-Forum natürlich. Ich weiß tatsächlich nicht, wer das hier ist, kann ich gerade gar nicht sagen. Es könnte Miles sogar sein, aber ich glaube eher weniger als Miles. Liz könnte es sein, keine Ahnung. Aber das ist sehr interessant. Hier natürlich Kostüms, ist klar. Das sollte eine Eskonor-Axt sein, wenn ich mich richtig erinnern kann. Und das ist vielleicht Guild Thunder oder Margaret, das kann auch sein. Aber hier, Get Costumes and Holy Reddick Materials. Das ist richtig geil, diese Steine. Der blaue Stein und der gliederne Stein. Und dann natürlich noch Birdstein. Das ist richtig geil. Und er ist wieder back, dieser Boss. Und da bekommen wir auch die Sachen. Aber mit einem Hell-Mode. Und dazu kommt es einfach vom Video, 100%. Dieses Picknick hier von hier oben. Mit den Kostümen und sowas. Das hier sieht so aus. Hatten wir, glaube ich, schon öfters. Nichts Besonderes. Brauche ich euch keinen Kopf darüber zu machen. Ja, das sind die Sachen, die ihr da benutzen müsst. Genau, bla 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 bla. Dann sind es hier Rewards. Schaut euch die gerne an. Das sind geile Rewards mit blauen Steinen und sowas. Linderne Steine. Kann man aber auch selber fahren. Aber geil, dass man die einfach geschenkt bekommt, sozusagen. Dann hier, diese Score-Rewards. Also, ihr wisst ja immer, wenn man so ein Score hat. Das ist Golf, aber ich weiß nicht, was ist. Das kann ich noch mal nicht sagen. Ah, warte. Fight the Dianne. Das ist Fight the Dianne? Okay. Okay, hätte ich nicht gedacht. Das ist Dianne anscheinend. Okay, wenn es Dianne ist. Okay, alles klar. Das ist Dianne. Das ist Golf, aber bekommt ihr die einfach für Free. Das ist sehr cool. Event-Deathmatch Lamek. Das ist der da oben, den wir gesagt haben. Hier gab es ein bisschen Extreme. Jetzt ist auch Hell dabei. Und ich glaube, bei Hell, ich weiß aber nicht genau. Ja, genau, bei Hell bekommt ihr diese Währung. Und beim Normal-Bus-Extreme bekommt ihr diese Währung. Und mit der Hell-Währung könnt ihr euch diese Achse kaufen. Also die ganzen Sachen. Und auch für die Dianne Monic Beasts. Anscheinend aber nur dreimal leider. Ich hoffe nur dreimal am Tag. Aber nur drei insgesamt leider. Sehr cool gewesen, hätten so maximal 10 gemacht. Bei 10 wäre geil, dann könnte ich ein Naschis Relic instant machen. Aber mir fehlen nicht mehr auf so viele. Aber ja, es ist sehr cool hier auf jeden Fall dieses Tauschen-Event. Und halt für die Leute, die halt nur bis Extreme schaffen, ist halt der untere Tauschen-Shop interessant. Und das Geile ist halt, ihr könntet... Wobei, ich glaube, die kosten drei. Die kosten drei von denen. Aber wie viele sind es wirklich? Aber jetzt fällt es mir auf. Die kosten drei von denen. Aber wie viel kostet... Also wie viel gibt es denn von denen? Das steht da nicht dran. Hm. Okay, komisch. Oder gibt es 20 von denen? Nein, nein, es gibt es 20 von denen. Es gibt drei von denen. Okay, okay. Jetzt checken wir es. Jetzt checken wir es. Alles klar, alles klar. Sorry. Es gibt es drei von denen. Es gibt es drei von denen. Okay. Und ihr könnt euch auch mit diesen Extreme-Scheißern auch die für Hell kaufen. Richtig cool, richtig cool. Ah, okay. Das ist Escanon und Arthur. Alles klar. Escanon und Arthur. Geil, geil, geil. Der ist auch richtig geil. Also neue Labyrinth bekommen wir auch. Und im Labyrinth, im Shop, gibt es ein Malkostüm. Und dieses Malkostüm sieht krass aus. Es sieht richtig krass aus. Das werde ich mir safe erfahren. Safe, 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 safe. Und natürlich auch Diamanten und sowas. Ist klar. Gems. Seht ihr hier. Wie immer halt einfach Labyrinth. Vielleicht mache ich ein Video dazu. Ich weiß aber nicht. Labyrinth ist immer so komisch, um dazu zu machen, weil ihr nicht die gleiche Spielzüge machen könnt wie ich. Wisst du, was ich meine? Ah, vielleicht kommt er zu einem Video. Keine Ahnung. Aber Labyrinth ist eine coole Activity. Auf jeden Fall eine coole Activity. Ja, das braucht man nicht lesen. Das ist immer nur das gleiche. Das kennt ihr noch von dem Labyrinth. Dass ihr damit euch die Sachen hier holen könnt. Wie viele Punkte ihr dann habt. Ganz entspannt, ganz entspannt. Und hier am Ende könnt ihr euch noch diese 10 Gems abholen. Ich weiß nicht ganz genau, was das ist. Das ist ein Kart. Also eine UA-Karte. Keine Ahnung. Und natürlich das mal UA-Outfit-Set. Richtig geil, richtig geil. Und das bekommt ihr auch noch mit der Labyrinth-Box. Dann bekommen wir noch hier, da gibt es noch so eine Mission, diese Basic-Mission bei Fall to Aggress. Wo ihr dann am Ende 2 Gems bekommt, wo ihr die ganzen Achievements machen müsst. Macht es halt, oder macht es nicht. Ist mir egal. Dann noch ein Bug-Fix. Ich öffne mal ein Number-Fire. Ah, okay. Einfach diese, ähm, wenn Eskona stirbt, der Ultimate Eskona bekommt er diese Feuer. Anscheinend wurde es einfach removed manchmal, ohne Grund. Okay, alles klar. Aber wir sind noch nicht ganz fertig mit den Patch-Notes. Es kommt noch eine Sache dazu. Also die Patch-Notes sind schon relativ groß. Und, aber das einzigste Wichtige ist wirklich eigentlich das Labyrinth und diese, also in meiner Meinung nach, seiten Deathmatch mit diesen, wenn man die Beast-Materials, das ist geil. Aber wir bekommen tatsächlich noch ein Free Bird Relic durch Login. Richtig geil. Also, ich kann euch gar nicht sagen, wen ihr da, welches, welches Relic ihr da machen sollt. Ich mache es wahrscheinlich für Arthur, weil ich Arthur's Relic noch nicht habe. Oder ich spare es mir. Aber ich kann ja Bird auch farmen, deswegen, der ist mir relativ schnuppe eigentlich, wenn ich da mache. Also Bird kann ich da durchfarmen. Und ihr wahrscheinlich auch. Aber ist mal wieder cool, einfach ein komplettes Bird Relic in einer Woche wieder komplett zusammen zu haben. Ist cool für Leute, die vor allem jetzt neu spielen und das erste Bird Relic verpasst haben und jetzt mehr Geld im Relic machen können. Richtig geil, richtig geil. Und da sage ich jetzt auch schon, macht mir ein gutes Relic, wenn ihr es nicht habt. Ja, aber eigentlich war es das schon. Kleines Update, großes Update. Großes, in dem Sinne, es sind ein paar Sachen dabei, aber klein, in dem Sinne, ein bisschen zämmel, das ist gerade ein bisschen trocken, das Game. Kommt sehr wenig gerade. Aber wir könnten uns, glaube ich, auf einen Collab gefasst machen. Das war's. Bis zum nächsten Mal.